hallo 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 liebe leute willkommen zu let's play minecraft part 4 ja liebe leute wir sind mehrmals verreckt im letzten part ach ja wie ich es liebe woher gucken 36 wir nehmen zehn minuten auf 46 ich mache die tür wieder zu hallo 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 oh nein ja liebe leute banana am stil eis und so hoch gleich kommt noch ein also die umfrage startet also es steht bis jetzt krieger eine schlimme bogenschützen drei stimmen und magia eine stimme also bis jetzt bogenschützen sage ich offen ehrlich mich auch dafür es ist eine hammer klasse oh ha daneben loser ich bin batman tiefsee tauchen aha du kannst ja auch durchs wasser schießen du 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 hallo wenn ich heiße labern der andere ist auch noch so ja schon äh das ist ein guter kumpel von märz gleich gleich äh ja das war meine mutter wobei dem andere das ist ein guter freund der macht momentan ein server und ja das ist schon aus dem konzept so und dann werden wir auch massig an let's play to get was machen und so auch hoch au naja mal gut mal gucken ob man es schaffen ach gott ich bin tausend konzept also gut wo war ich gut also let's play to get was werden häufig folgen die umfrage die habe ich ja jetzt schon vorgelesen also ihr könnt immer noch weiterhin entscheidend nicht wer auch für bogenschütze aber ihr seid immer noch unter entscheidend ich glaube ich werde im offscreen modus schönes häuslein bauen und so naja aber erstmal muss ich den weg aus dem dschungel finden ne liebe leute oh mein gott oh mein gott ist der niedlich oh mein gott ist der niedlich ich werde langsam müde aha oh ho ja oh mein gott ein schicken haben wir ein schicken ein schicken mit knacken oder jetzt habe ich schon aber ich weiß eigentlich gar nicht was ich labern soll Part 3 wird gerade hochgeladen äh wir könnten unbedingt mal Chicken gebrauchen aber ich wenn ich jetzt hier ein Hühnchen kille das würde mir nur im Herzen wehtun aber das Schicken hätte mich auch umgebracht wenn es was zu essen will aber ich habe keine Schwerte und da bringe ich es nicht schnell genug um Leute wir stecken in einem Dschungel fest das ist uncool also wie gesagt ich glaube mal ich werde im Allscreen-Modus einfach ein schönes Häuslein bauen ich werde dann einfach da anbeginn hier ist da bereits morgen ein Musikvideo vor das hat Spaß ich suche da morgen noch freiwilliger aber das was näher wohl morgen ich weiß noch nicht wegen Bananer Bananage ob der morgen wann der morgen kann und so ob man es dann nur machen können oder nicht Au das hat jetzt wieder getan Au Au Ich futter jetzt ganz einfach Wolle Schmier Scheiß egal was da los ähm ja Leute ich weiß gar nicht was ich sagen soll ich bin eigentlich ne Hunde müde Skull you oh Gott naja liebe Leute was könnte ich sagen was könnte ich sagen es gibt ja einfach nichts spannendes wozu ich erzählen könnte Holzsacken Tralala don't touch my Tralala ja ich mit meiner riesen Chuck Norris Erde boah unschlagbar haupt jule 1 plus 1 gleich 5 krins oha nein jetzt sind wir wieder bei dem üblichen Konzept oh Gott scheiß Dreck wenn ich jetzt irgendwie falsch springe oder ich einen Schuss zwischen die Beine bekomme ich bin sofort wieder tot ich werde aber wahrscheinlich eine neue Map anfangen weil es ist echt nicht mehr lustig dass ich am laufenden Band sterbe gut ihr lacht euch vielleicht die Eier ab und sagt was ist das für loser äther Skulli Hauptschule ähm ja spring schaap spring fehlte der Meister ich hätte jetzt so Bock zu singen aber wenn das tue ich euch nicht an die Hälfte würde jetzt beten und sagen bitte sing nicht sonst deabonniere ich und wieso wieso habe ich jetzt geahnt dass das kommt wieso liebe Leute habe ich jetzt genau gewusst ok miese scheiß ich beende jetzt den Part liebe Leute ich mache das im Offscreen Modus besicht ein Haus ab ich bin ne totale Niete es tut mir leid liebe Leute hoffentlich habt ihr trotzdem neuen Spaß es regnet auch noch das ist ja mal wunderschön ne gut bis zum vierten Part und bis dahin die Leute und schüttel hau da ren macht die Arme frisch schau the fresh time bingo das ist ja mal wunderschön